Es löscht ja abgrund, wo ich hier bin. Mäuschen. Ich möchte hier nicht mehr sein. Die sollen sich von mir aus gegenseitig die Köpfe abbeißen. Das wird unangenehm. Ein Aggressionsproblem hat der. Ich hab ein Aggressionsproblem. Bist du doof? Dann trenne ich doch jetzt hier. Alles, was ich mache, ist immer alles verkehrt. Und? Kannst du nicht sagen, dass hier gelogen wurde? Der hat's vorgeschlagen. Kann jeder bezeugen. Richtig peinliche Aktion. Willkommen zu Folge 9 vom Sommerhaus der Stars. Letztes Mal. Ich schock dir nichts mehr. Wir müssen jetzt gucken, dass wir eine Allianz bilden. Das Erkan versucht hier, der neue Alpha zu sein. Das Erkan an Björn, der will die Gruppe unterwischen. Alex, was will man von dir erwarten? Du hast deine Ex-Freundin in einer Show betrogen. Deine Tochter wird dich für die schämen. So was sagt man nicht. Nein! Keine Eierabschluss. Also das war einfach so eine krasse Folge. Es gab halt alles. Intrigen, fehlgeschlagene Strategien, viel Geschrei und natürlich persönliche Beleidigungen. Also halt im Prinzip nichts anderes als bei der Weihnachtsfeier in der Firma. Die Nominierung steckt uns allen noch in den Knochen. Also die Stimmung ist am absoluten Tiefpunkt. Das ist heftig, was hier gerade abgeht. Sag mir, wie ich mich dann nächstes Mal verhalten soll. Dann verhalte ich mich so, dass ich dich nicht enttäusche. Das weißt du, glaube ich, inzwischen. Aber... Braucht dir keinen Plan geben, wenn du dich sowieso nicht drin hältst. Und das ist auch eine Art von Enttäuschung, die ich verspüre. Komplett katastrophen macht man so nicht. Werte, Alex. Was sind deine Werte? Ey, was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. So was irgendwie über sich ergehen zu lassen für Geld, finde ich halt irgendwie schwierig. Die Nominierung hat mal wieder gezeigt, dass wir Menschen sind, die keinen Anstand haben. Menschen, die andere verletzen. Ich bin so ein richtiges Wrack gerade. Ich am Montagmorgen, sobald der Rechner hochgefahren ist. Hier der Tim, ne? Im Bierkönig-T-Shirt neben einer Frau aufwachen, die nicht alle Vokale kennt. Tim lebt halt einfach den Traum aller 16-Jährigen, die mit einer Jugendreise auf Mallorca sind. Und Alex wird jetzt von Vanessa einfach wissen, wie er sich verhalten soll, damit sowas nicht mehr passiert. Vanessa hat ihm schon gesagt, dass er sich einfach nur mal zurücknehmen und alles reflektieren soll. Aber Alex hat halt auf eine Antwort gehofft, die er realistischer umsetzen kann. Ich schwöre dich, ich werde alles daran setzen, dass ich diese größte Genugtuung für mich hier nehme, dass ich ihn hier kicke. Kein Bock mehr. 50.000 Euro, was im Endeffekt hängen bleibt, so viel ist das auch nicht. Ich kann mir dieses Gerede nicht mehr von Ehre und das und das. Danke. Ich will mich auch nicht provozieren lassen. Ich will mich aber auch nicht belasten damit. Was ist los bei den beiden? Wo die gehen los? Ja, wir sind jetzt weg. Ich habe hier Extremsituationen erlebt, die ich in meinem 51-jährigen Leben zum Glück so noch nie erlebt habe. Wenn man jetzt den hier macht, weißt du, dann reiben die sich hinter die Hände. Ja, dann sollen sich der Reim bereiten. Ich habe andere Wert. Ich stehe hier über den Dingen. Und das sind so, wo ich mir denke, ist es das wert? Alle, die jetzt denken, Tim, was soll denn der Scheiß? Mach doch einfach mal weiter, nicht aufgeben hier. Ich glaube halt, wenn dich der Maurice einmal als Ziefahrer bezeichnet, dann stürzt du schneller in eine tiefere Sinnkrise als Thomas Gottschalk in der Supertalent-Jury. Also, ich wäre mega enttäuscht, wenn Maurice den Abschied von Tim nicht komplett auf sich beziehen würde. Der Typ nimmt halt wirklich alles persönlich. Wenn du ihm bei Uno eine Plus-Vier-Karte gibst, dann besteht die Gefahr, dass er draußen dein Auto in Brand setzt. Dann sollen sie jetzt gehen. Dann sollen sie jetzt auch aufbauen. Tschüss, viel Spaß. Ich kann es nicht verstehen, in den Offiziergraden. Die reden sich da irgendwie raus. Ja, das ist immer das gleiche Spiel. Die wissen auch im Endeffekt, dass die eh das schwächste, schwächstes Pärchen sind. Bloß weg hier von diesen Menschen, die alle nur egoistisch denken, an sich denken. Kreisen soll man nicht aufhören. Ja, genau. Und ganz einfach, wer das hier nicht schätzt, hier zu sein, der hat auch nicht hier zu sein. Am Ende des Tages wissen wir halt alle, worauf wir uns eingelassen haben. Deswegen ist es natürlich schon jetzt einfach, die Flucht zu ergreifen und zu sagen, okay, ich habe dann damit jetzt nichts mehr zu tun. Maurice ist natürlich nicht sauer, weil Tim das Handtuch wirft, sondern weil er Angst hat. Er weiß ganz genau, dass Ricarda und er jetzt hier einfach das schwächste Team sind. Also zum Abschied nennt Tim die Kandidaten nochmal niveaulos und nicht zum Aushalten. Und liebe Freunde aus dem Sommerhaus, wenn das ein Ballermann-Sänger sagt, dann ist eigentlich klar, warum sie in einem richtigen Job keinen Erfolg hätten. Ich finde, RTL tut sich damit keinen Gefallen, dass sie jetzt nur noch diese krawallwütigen Reality-Stars auch in Promi-Sendungen einsetzen und nicht nur in den RTL-Plus-Dating-Shows. Zum ersten Mal liegt der Tim richtig. Also genau das, was auch Carina bald wieder von sich behaupten kann, wenn sie zu Hause neben ihrem richtigen Freund schläft. Wenn es die Exit-Challenge gibt, die können direkt mitgehen, die können direkt mit normaler Fliegenhahn. Alex, gestern, wie der zu dir war, Junge. Mit deiner Tochter und so, Junge. Und die gammeln mit denen. Oder die größten Heuchler, bei Gott, die ganze Truppe da hinten. Ich würde mit Alex nicht mehr chillen. Ach, die werden sich doch selber bekriegen. Hier, warte doch doch ab. Zeig' mir, zeig' mir. Das ist so fake. Es ist ja aber jetzt auch viel mit den anderen. Das ist so anmaßend, was hier zum Teil von sich gegeben wird. Sollte ich fresseln. Und das ist, was ich hier echt gelernt habe. Das Spiegelbild der Gesellschaft ist hier richtig präsent. Alle wollen nach vorne für die Toleranz, für Akzeptanz und leisten es selber nicht. Vanessa hat schon wieder vollkommen recht. Ihre Trefferquote in Sachen Werte und Moral ist höher, als die Flirtquote von unserem Dieter Bohlen in der Teppichabteilung bei Ikea. Und das heißt was. Und wisst ihr, was völlig verrückt ist? Serkan ist der erste Verräter, der noch nicht mal von unserer Sonja Zietlow ausgewählt werden muss. Durch den freiwilligen Auszug von Tim und Carina gibt es heute keine Exit-Challenge. Jawohl. Ja. Wir dürfen nur hierbleiben. Wir dürfen jetzt gar nicht mehr. Scheiße, ne? Das ist so Schiss vor der Exit. Und jetzt gibt es keine Exit. Auf einmal hat er eine große Fresse. Scheiße, ne? Boah, hat er dir eine Fresse gezogen. Ist das geil. Scheiße gelaufen, Alex. Ha, ha. Oh Gott, was seid ihr denn für Leute? Willst du gleich sehen, wenn du verlierst. Ja, werden wir sehen gleich. Richtig. Also ich habe ja mein persönliches Problem mit ihm. Boah, der muss raus. Der muss raus. Medienprofi Serkan denkt halt, er kommt richtig gut an, weil er hier Krawall macht. Lieber Serkan, es gibt halt einen großen Unterschied zwischen gewollt und gekonnt. Verifiziert. Ja, also Alex sieht auf jeden Fall so aus, dass er nicht geglaubt hätte, dass es eine Situation für ihn gibt, die unangenehmer ist als ein Raum ohne Spiegel. Ich hoffe nur, dass mein Mann jetzt hier mal ein bisschen den Stock aus dem Arsch bekommt. Ah, wie kann man so ein Miese-Peter-Sein, ey? Schatz. Ich konzentriere mich gerade auf das Spiel. Auf welches Spiel? Hier ist doch noch gar kein Spiel. Diese Laune, er versteht nicht, dass mich das runterzieht. Äh, wieso, wenn ich mich konzentriere auf das Spiel? Das ist doch kein Konzentrieren. Boah, heftig. Ja, so langsam fällt die Facette, ne? Was? Mhm, nächste selber, lass mich bloß in Ruhe. Rippa vor dem Spiel. Sollen wir umdrehen? Sollen wir es absagen? Nein. Ey, ey, ey. Wir können jetzt, komm. Wir können jetzt, komm. Keinen Bock auf so einen Kindergarten, der redet nicht mal mit mir. Hä, ganz ehrlich, checkt das irgendjemand? Woher kommt jetzt dieser Streit? Sie ist halt irgendwie sauer, weil er für sich allein sein wollte. So ein verhängnisvolles Schweigen kennt man tatsächlich sonst nur, wenn man beim Schrottwichteln seinen eigenen Lebenslauf verschenkt. Sagen wir es mal so. Justine kann vielleicht doch ein bisschen anstrengend sein, wenn sie gut gelaunt ist. Joey Heintle könnte ein Lied drüber singen, wie sich gerade der Abend fühlt. Hat er übrigens schon gemacht, hat nur keine gehört. So wie seine restlichen Songs. Das Paar, welches es von allen Paaren am schnellsten schafft, alle seine Steine 30 Sekunden zu halten, gewinnt und schützt sich vor der nächsten Nominierung. Dinger, schneller, 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 schneller. Schatz, konzentrier dich hier drauf. Ja, ja, ja. Sehr gut. Lass den bloß nicht raus. Das immer in Einladung steht, wenn Kevin Kleinen auf eine Party kommen soll. Natürlich klar ist, Valentina hätte das Spiel hier im Alleingang gewonnen. In Sachen Druck ausüben, ist sie natürlich die unangefochtene Expertin. Streng dich mehr an. Das muss dir in den Armen wehtun. Ja, was? Und jetzt drück um dein Leben, Schatz. Ich muss Druck spüren die ganze Zeit. Wie John seinen Freunden erklärt, warum er Valentina einen Antrag gemacht hat. Drück. Wir kriegen das hin. Sie freuen sich hier wie Schneekönige, weil sie hier so ein paar Klötzchen zusammenhalten können. Sieht man sonst nur bei der Bachelorette. Also, Pia und Zico haben Runde 1 gewonnen. Das heißt, safe sind sie noch nicht. Der Druck, diese 50.000 Euro zu gewinnen, der war bei ihnen einfach am höchsten. Die Ausgaben für Zicos Oropax, wegen Pias schlechten Musikgeschmack, wachsen ihnen einfach über den Kopf. Was die anderen alle machen, ist mir scheißegal. Die sollen sich von mir aus gegenseitig die Köpfe abbeißen. I don't care. Was die übergewandert hat? Richtig gut. Oh, oh. Mich zieht das ein Stück weit runter, dass wenn ich zu dir komme und motiviert bin und du machst so, oh, und dann machst du so die ganze Zeit runter und wir sind hier als Paar. Ja, aber ich kann ja nicht fake einfach so lachen. Tut mir leid. Ich brauche doch einfach nur, dass ich mich konzentriere, bitte. Alter, dann mach das doch. Ist ja auch egal, dass ich weine, ne? Anstrengend einfach. Ich fand es ja anstrengend, ja. Ich geh nach Hause. Hab ich dir jetzt schon wieder gemacht? Ach, du machst nie was. Ich bin da, ich sitze ruhig, ich sage nichts. Oh, jetzt auch rumzuschreien, ich kann die Stimme nicht mehr an, lass mich rum. Ich schreie doch nicht rum. Lass mich einfach in Ruhe. Kann man nicht fake einfach so lachen? Und genau der Satz fiel zuletzt bei ProSieben, dass man mögliche Nachfolger für Ruth Moschner bei The Masked Singer gecastet hat. Kurz durchatmen und den Abo-Button mit Glocke drücken. Es gibt viel Trash und das Community-Shirt dazu. Später mehr. Weiter geht's. Kleine Vogel. Wie lachen sie jetzt den Ast ab? Die Fall ist noch 50er. Guck mich an. Ich möchte hier nicht mehr sein. Ich möchte keinem mehr hier in die Augen blicken. Besser wird's hier nicht. Das schwöre ich dir. Besser wird's hier nicht. Oh, guck mal, da hat die Stimme. Mäuschen. Was weißt du? Du weißt, was die dann sagen werden, ne? Ist mir egal. Es geht hier gerade um mich. Feiglinge, Schwächlinge. Wieso kannst du das nicht mit dir vereinbaren, wenn deine Frau nicht so ist? Weil ich kämpfen will. Ich möchte aber nicht mehr kämpfen. Ich will dir keine Genugtuung geben, Mann, Alter. Man kann von Maurice und Serkan halten, was man möchte. Aber im Moment sind die einfach genauso sympathisch wie Fußpilz, der selber Fußpilz hat. Die gehen mir so komplett auf den Zeiger. Also ich kann Vanessa komplett verstehen. Ich finde auch, wenn man denen zuhört, wirklich allein nur vom Zuhören, bekommst du irgendwie so ein beklemmendes Gefühl, wie wenn man im Dschungelcamp Cosimo beim Vorlesen der Briefe von zu Hause in Dauerschleife zuhören müsste. Dreckigen Rappen, Alter. Das handelt ich euch selber. Du hast noch ein bisschen Zeit, mein Freund. Die Uhr tick, tick, tack, tick, tack. Ich möchte nicht in sowas sein. Das ist ein Mensch, der Abgrund, wo ich hier bin. Wenn man nur dem Problem davonläuft im Leben, dann wird man nicht daran wachsen. Ich habe mich nicht unterbuttern lassen von dem Pisser. Bei Gott, seine Tochter wird sich für ihn schämen. Man muss es dann eigentlich als Motivation sehen und erst recht diese Sch*** rausschicken. Schatz, die hört wieder nichts, ehrlich. Ich schwöre es dir. Ist das nicht am Alter oder was? Tiefpunkt, Stimmung am Tiefpunkt. Mit Alex, Serkan und meiner Wenigkeit. Das ist schon so Endstufenformat. So, was jetzt Sportlichkeit angeht. Endstufe Sportler, yes. Also, Maurice ist so konzentriert, schwöre es dir. Das Einzige, was ihn jetzt natürlich noch aufhalten könnte, wäre eine Mücke. Serkan, Maurice und Alex. Dieses Dreiergespann wird auch das Bermuda-Dreieck des Trash-TVs genannt. Nur, dass zwischen ihnen keine Schiffe oder Flugzeuge abhanden kommen, sondern einfach jegliche Sympathie und der gesunde Menschenverstand. Was aber noch schlimmer ist, Freunde. Serkan und Maurice haben es tatsächlich geschafft, dass ich so ein bisschen auf Alex' Seite bin. Und ich will das nicht. Runde 2, die nächsten Promis müssen zur Challenge. Was auch für mich geil war, ist, wir hatten direkt unseren Konkurrenten, unseren Feind direkt vor Augen. Je mehr Hate, Provokation und negative Energie ich verspüre, umso mehr blüht es, blühe ich dann auf und dann gebe ich Gas. Drücken. Hey, chill mal. Drück, drück. Ja, jetzt, jetzt konzentrieren wir uns, jetzt konzentrieren wir uns, weil dann haben wir es. Langsam, drück dagegen. Mach's so, wie ich es mache. Meine Fritzel, Alter. Was sag ich dir denn? Tut mir leid, aber ich kann die Klötze gut verstehen. Wenn ich pausenlos so viel Text hören müsste, wie von Maurice, würde ich mich als Stein auch auf den Boden legen und totstellen. Oh nein, der hat doch konstant geschrien. Jetzt komm, ich drücke. Lockergelassen, egal, weiter. Ich hab mein Stein. Und du denkst dir, nein, Mann. Mein Gott, nee, ja. Mann, ich sag doch einfach, drück doch nur dagegen, ey. Hä, ich hab doch die ganze Zeit gedrückt, Mann. Komm, gib Gas, nein, Mann. Was ist denn los? Schau nicht mehr drüber. Es ist so laut, es ist so laut, Mann. Meine Fresse, ey. Ich sag nur, dagegen drücken, mehr musst du nicht machen. Sonst halt die Schnauze, Alter. Du warst ja hier nicht. Nein, in der Fresse, ehrlich, ey. Das ist halt das Sommerhaus der Stars. Die Show, in der der Umgang zwischen den Kandidaten einfach giftiger ist, als alle aus bestverseuchten Schulen Deutschlands zusammen. Schau nicht drüber. Schau nicht drüber. Jetzt drück. Du weißt, wie so ein kleiner Kampfterrier. Komm, drück jetzt, komm. Mann, nee, Mann, ich sag drück. Ich sag immer drück. Ich sag immer drück. Jedes Mal, sag ich drück. Jedes Mal, Alter. Bist du dumm oder so? Meine Fresse, Alter. Es ist ein Stein nur noch, ein Stein. Der Maurice, was will man da sagen, ne? Sieht einfach 0,0 schuld bei sich, übt aber so viel Druck auf Ricarda aus. Es würde wirklich niemanden verwundern, wenn am Ende des Spiels von Ricarda maximal ein Diamant übrig bleibt. Nur noch ein Stück. Lächerlich, ja. Drück mich, drück mich, drück mich, drück mich, drück mich. Wir schaffen das. Ja! 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 Es ist eigentlich ganz gut, dass Tim und Carina das Spiel hier nicht mehr spielen. Selbst wenn sie gewusst hätten, wie man die Steine halten muss, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Carina gewusst hätte, wie herum man die Sanduhr drehen muss. Wir haben auch noch nie so schlechte Verlierer gesehen. Ehrlich, unglaublich, unfassbar. Unfassbar. Heftig. Ne, das war scheiße, bei Gott, das war echt scheiße. Ja, hast Pech gehabt, interessiert mich nicht, was du denkst. So was lächerliches, Mann. So ein einfaches Spiel, bei Gott, ja. Wie auch immer, Amen. Ja, ich würde halt auch so trauen, wenn ich einen Typen hätte, der 24 jetzt bei Mama wohl noch keinen Job hat. Das Beschissenste überhaupt ist eingetroffen. Hola! Ah ja, komm, passt schon. Ihr seid Heuchler, alles gut? Es nervt natürlich. Der hat die Sanduhr kaputt geworfen. Was? Ja, ja, der ist durch. Der ist aggressiv. Oh, ja, spritz dir weniger Test, du Alter, dann kannst du auch, boah, Alter. Dafür, dass die meinten, no, Bruder, gleich klären wir das. Gleich wirst du verlieren, du Clown. Ja, ja. Der Maurice. Immerhin sind jetzt mal auch die anderen alle hautnah mit dabei. Wenn unser Löwe Maurice mal wieder Riccarda wirklich an allem einfach die Schuld geben möchte. Ist ja richtig gut, dass die das alle sehen. Ich finde es aber echt ein bisschen schade, dass da einfach überhaupt niemand irgendwas sagt. Weil ganz ehrlich, so wie der Typ da abgeht, also völlig egal, ob sie am Ende die 50.000 gewinnen oder nicht. Riccarda geht hier jetzt schon als größte Siegerin raus, weil sie sich von Maurice getrennt hat. Ey, und ist es nicht der Wahnsinn? Jetzt erst merken wir, wie sehr Valentina tatsächlich einfach die Wahrnehmung der Zuschauer manipuliert hat. Als sie noch da war, wirkte sogar Maurice noch halbwegs sympathisch. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir schneller waren als Pia und Zico. Gewunden haben. Vanessa und Alex, herzlichen Glückwunsch. Ja! Ja! Wir können alle im Kreis kotzen, können sie gegenseitig Finger in den Hals stecken. Boah, ich könnte so kotzen. Warum hast du nicht auf mich gehört? Warum hast du nicht gehört? Das Spiel ist echt auf deiner Kappe, Schatz. Ne, auf gar keinen Fall. Doch, deine Kappe. Auf gar keinen Fall. Ja, bla, bla, bla. Der Junge... Ritt mit der Taube da oben, oder so. Ich schwöre bei dem Leben meiner Mama. Ehrlich, heute war das Spiel sowas von machbar. Ich glaube nicht, dass ich es richtig begriffen habe, um was es hier geht. Immer mit allen gut sein. Ist das jetzt mal gut? Ich möchte nicht mehr reden. Bei Gott, ich schwöre. Ich freue mich gerade echt so ein kleines bisschen, dass dieser verdammte Ekelplan von Serkan und Maurice einfach mal nicht aufgegangen ist. Mega. Alle im Kreis kotzen, oder wie Vox es nennt, grill den Henssler. Hm, warum Ricarda wohl nicht auf Maurice gehört hat, weiß ich jetzt natürlich auch nicht genau. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie einfach nicht genau weiß, welche der 10.000 Worte pro Stunde von Maurice für sie relevant sein könnten. Ritt mit der Taube da oben. Sorry, das geht zu weit. Aufrufe zur Tierquälerei sind nicht akzeptabel. Ein Aggressionsproblem hat der. Guck mal, was du hier gerade dachtest. Nein, beim Spiel bist du aggressiv. Was? Ich habe ein Aggressionsproblem. Bist du doof? Du hast die Sanduhr weggetreten. Nee, hab nicht weggetreten, wir geschmissen. Oh, ich höre schon wieder Maurice reden. Die warten doch nur auf Fehler da hinten. Ja, aber ich höre so eine Stimme, aber ich höre nicht. Ja, weißt du, warum wir durch schlechte Ohren haust? Das habe ich noch nie erlebt. Ricarda wird auch richtig eklig. Er gewinnt nix und ist jedes Mal dann am Heulen und sucht nach anderen Gründen. Dieses eklige, bittige Bitch-Verhalten. Dirty Slut. Das ist was anderes. Halt es voll, dann drehen wir alle durch. Immerhin zieht sich jetzt aber Maurice auch in den Farben an, die zu seinem Verhalten passen. Hier, die rote Jacke ist auf jeden Fall mal ein guter Ersatz dafür, weil er hier nicht ständig mit einer Red Flag rumrennen kann. Achso, eine Frage. Was macht eigentlich die Produktion, wenn sie am Staffelende wirklich alle Kandidaten hier rausscheuchen aus dem Haus? Schnee schieben bloß mit Kacke. Apropos. Wir haben hier in einer durchschnittlichen Sommerhausfolge mehr Geschrei und mehr Enttäuschung als in einer ganzen Staffel Bauer sucht Frau. Deine Haare liegen echt immer gut, immer. Ich glaube, die Frauen stehen auch auf dich, ja. Frauen sind genauso wie Männer. Braus, behaart. Die gucken auch auf Arsch und tücken. Ja, klar, glaube ich. Du hast da einen kleinen süßen Arsch, so weißt du, so einen kleinen? Du wirkst so süß, echt original wie so ein Reh. Aber so süß bin ich gar nicht. Ja, also Hannah wünschte bestimmt, sie könnte das gleiche auch zu Ricarda sagen. Du hast da einen kleinen süßen Arsch, so weißt du, so einen kleinen? Aber so klein ist Maurice ja gar nicht. Oh, Schatz, wir haben Volldruck. Wir auch. Nein, ich will jetzt keine Sau, ey, klar. Dieses Stutenbissige, das ist mir ein bisschen schlecht aufgestoßen. Vorher saßt du immer so mit uns und auch mit Pia und so und dann auf einmal gar nicht mehr. Wenn dann Alex und dann Vanessa sind, die uns da doof angemacht haben, meint sie, ich setze mich dann dahin. Vorher warst du cool mit dir, komm, komm, neue, ist sie weg. Der Alex und die Vanessa, die kamen zu uns und dann meinten die, ey, lass auf jeden Fall Justina und Abend werden. Und dann sehe ich, die hängen die ganze Zeit dann mit euch ab. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung, in der vergangenen Folge war das der Serkan und nicht der Alex und das weiß die Ricarda. Erst ist Justine sauer, weil Abend Zeit für sich braucht und jetzt, weil Ricarda nicht bei ihr sitzt. Dass ihre Hautcreme sie jünger aussehen lässt, das wusste sie. Aber dass sie sie halt zurück in die Pubertät versetzt, ja Leute, mit der Nebenwirkung hätte es sie wirklich nicht gerechnet. Ich verstehe, ja. Habt ihr, seid ihr losgegangen und habt gesagt, dass sie uns wählen soll? Nein. Ich schwöre auf meine ganze Familie, ich schwöre. Ich glaube dir. Wir sehen danach draußen, was Sache ist. Hier drin gibt es für mich keine Freunde mehr. Carla hat wohl heute erzählt, dass du rumgegangen hast und gesagt hast, wieder hat Justine Abend, wieder hat Justine Abend. Dummes Maul, dummes Mundwerk. Aber Justine hat's halt durchschaut. Ich finde das unfassbar, was sie behauptet. Das war eine elende Hexe. Aber warte, lass dir jetzt nichts anmerken. Ja, krass, die Wäsche, ne? Voll schön. Wie schnell das Tropfen hier. Wahnsinnig geschickt, wie hier gerade unsere Justine das Thema wechselt. Ist auf jeden Fall ähnlich subtil wie die unaufdringliche Erotik von Michaela Schäfer. Wir Zuschauer wissen ja, dass es nicht so war. Serkan war ja derjenige, der die beiden hier ins Spiel gebracht hat. Aber beinahe wäre der Plan geglückt, hier Alex und Vanessa bei ihr schlecht zu machen. Hätte Justine nicht das gemacht, was es noch nie im Sommerhaus gab? Ein klärendes Gespräch führen. Kenn ich nicht. Ich hab's ja anspann, weil ich genauso wie du weiß, dass wir hier die Koffel hatten und wir das jetzt nicht für uns gewinnen. Es liegt in unserer Hand, wenn wir das Spiel meistern, verstehst du? Aber da brauch ich dich lachend und mit guter Laune. Pst, lass mich ausreden. Guck, genau das meine ich. Du lässt dich nicht mal berichten. Du musst jetzt mal auf mich aufhören. Die Kommunikation muss besser laufen. Genau, du zerbrichst mich ja jetzt schon mit feuchtig. Ich will dich motivieren. Du willst reden und ich soll still sein. Was bitte ist aus Serkan geworden? Der gibt mir hier tatsächlich in der Staffel sehr, sehr unschöne Valentiner-Vibes. Wir sind hier kurz vorm Finale und ich kann's, glaube ich, jetzt schon so sagen. Die Staffel treibt meinen Blutdruck in Höhen, die sonst nur Serkan's Ego kennt. Jetzt haben die Promis immer die Möglichkeit, sich vor der heutigen Nominierung zu schützen. Pia und Ziko, go! Wir nehmen diese ganze Wut aus den letzten Tagen mit in das neue Spiel und nutzen das Spiel als Boxer. Bei diesem Spiel muss sich einer von euch den Inhalt eines Regals gut einprägen, während der andere es auf der Drehscheibe deckungsgleich einräumen muss. Ach du Scheiße, warte mal, wo soll ich hin, dann? Leck mich im Arsch. Klemm das da richtig rein, weil das fällt raus sonst. Alter, was ein Dreckspiel. Nimm doch die Sachen, die nicht so rutschen. Digga, alles rutscht, Mann. Geh auf mich Digga zu nennen, komm. Oh, Entschuldigung. Sag doch mal irgendwann, wenn du Stopp machst, Mann. Ja, sorry. Räumen einfach alles rein. Ohne Sinn. Gut, einräumen ohne Sinn. Wer schon mal bei Teddy durch die Gänge gegangen ist, weiß genau, was sie meint. Ja, das ist halt wirklich ein echtes Problem für Maurice. Er würde natürlich total gerne Riccardo die Schuld an der Zentrifugalkraft geben, aber das Wort ist halt einfach viel zu schwierig auszusprechen. Boah, ich schwör's dir, bei Gott, ich tick gleich aus hier. Du, was macht die denn jetzt? Meine Fresse. K-Punkt unten. K-Punkt, ich find's schon doof. Wie, gehirntot. Es ging nicht. Das nicht, ich bin, ich kann das nicht. Erstmal vier blaue Becher. Stell mir nicht da, als ob ich dumm bin, ehrlich. Geh mir nicht auf den Sack. Bist du doof? Er ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Gazelle-Görberlich, ne? Ja, äh, Team Gorilla. Team Gorilla hießen die nicht bis vor kurzem noch Ehrlich Brothers, das darf Frikader übrigens nicht persönlich nehmen. Stell mir nicht da, als ob ich dumm bin, ehrlich. Geh mir nicht auf den Sack. Das sagt Maurice auch jeden Morgen zum Spiegel in seinem Badezimmer. Alter. Nicht einfach Nuss lassen. Schatz, nicht einfach loslassen. Entschuldigung. Das können wir so lange umändern, bis die Tröte trötet. Warte, ganz kurz. Ist das jetzt, weil du es denkst, dass es richtig ist, oder was machen wir jetzt hier? Sie will hier switchen, bis sie eine Tröte hört. Oh Gott, oh Gott. Soll das heißen, dass es hier gleich einen Gastauftritt von Sarah Connor gibt, oder was? Kannst du mich nicht merken, verstehst du es nicht? Bewege doch mal deinen Arsch. Boah, rede mal in einer anderen Show mit mir, Mann. Scheiße. Eine grande Katastrophe. Schatz, hey. Ich will gehen. Und dabei müsste der Maurice eigentlich der totale Profi hier in dem Spiel sein. Im Haus macht er doch auch nichts anderes, als den ganzen Tag durchdrehen. Das ist halt scheiße, wenn man denen zum Fraß vorgeworfen wird. Du musst es in dem Fall so sagen, nein, ich bin die Beste darin. Egal, ob du es kannst oder nicht, so musst du dahin. Das ist so interessant, was ich alles muss. Du musst gar nichts, aber anscheinend wäre es die bessere Variante gewesen. Aber du musst das einfach gar nichts. Nee, wäre die bessere Variante gewesen, wenn du das gemacht hättest. Ach, und dann gehst du. Also du darfst jetzt alles hin. Sag, nein, nein. Sag doch dann. Nein, ich möchte jetzt gerade. Ey, Schatz. Nein, ich muss jetzt runterkommen. Ja, nicht sein still. Das ist so unterirdisch. Ja, lass mich einfach Ruhe. Der Serkan hat mal wieder wertvolle Tipps für seine Frau. Richtig sympathisch. Serkans Tipp ist quasi sein Lebensmotto. Fake it till you make it. Steht übrigens auch auf einem Messingschildchen graviert über dem Achselspringergebäude. Das ist schon total interessant, dass wirklich alle Paare hier streitend zurückkommen. Das ist für die meisten Ehepaare schon mal ein guter Vorgeschmack auf die gemeinsamen Weihnachtseinkäufe. So schön ist egal, ne? Ja. Ja, genau. Mittlerweile juckt mich das nicht mehr. Ja. Der geht mir voll auf die Nerven. Zu Hause ist das auch so. Alles, was ich mache, ist immer alles verkehrt. Guck mal, ich wohne seitdem ich 17 bin alleine, wohne noch zu Hause. Der läuft mit so einer Fresse runter. Alles ist scheiße. Scheiße, Alter. Schatz, komm mal mit. Die haben gesagt gerade, du redest mit der nicht mehr. Boah, ich kann die Köpfe nicht mehr sehen. Verstehst du das nicht? Das ist aber dann dein Problem. Du kannst ja nicht von mir warten, dass ich mich hier komplett abschotte von allen. Ich habe keine Lust mehr. Scheiße drauf. Hier spiegeln sich halt Sachen wieder, die im Privatleben schon ein Problem waren. Ich finde ich ja gar nicht. Was hast du gerade für ein Problem, Alter? Was ist mit dir? Nein, Gott, ja, weil du hier nur scheiße laberst. Mein Gott. Maurice trinkt schon wieder Cola aus einer Schale. Was soll er denn bitte machen, Freunde? Was das aus dem Nudelsieb? Das ist ja kurioserweise alles rausgelaufen. Ja, also wir haben zwar keine Ahnung, wer es sein wird, aber wenn es nicht Valentina ist, dann können wir eigentlich jetzt schon mit Leuten mit der kommenden Freundin von Maurice haben. Du weißt genau, was die beiden hier, die Schnarchnase hier. Ich habe gesagt, wir reden mit beiden nicht mehr. Du bist so ein richtiger Eigenbrötler. Ich bin nicht so vom Charakter. Du willst einfach am liebsten mit der ganzen Welt Streit haben, weil du immer jedem deine Meinung aufzwängst. Wenn doch einer deinen Mann beleidigt, wo ist die Löwin hinter mir, die ich bändigen muss? Mein Gott. Läscherlich, ja. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen ungerecht. Maurice ist alles, aber garantiert kein Eigenbrötler. Zu Hause schmiert nämlich seine Mama die Brote. Und nur damit das nicht falsch verstanden wird. Dann pack mal die Koffer und dann... Meint Maurice natürlich, dass sie auch seinen packen muss. Also, der Maurice will einen Partner, der immer loyal ist, hinter einem steht und der es auch nicht schlimm findet, wenn Maurice einfach mal wieder rumbrüllt und einem die Schuld an allem gibt. Maurice, dann ein kleiner Service für euer Kennenlernen. Das hier wäre ja offensichtlich das perfekte Willkommensgeschenk für deinen Wunschpartner. Auch wenn man diese Beziehung wirklich keinem Hund wünscht. Die meisten Gegenstände wurden richtig positioniert von Samira und Serkan. Da schmeckt doch seinen Mund nochmal. Nochmal besser. Das ist mir zu viel Arsch. Wenn wir solche Spiele schon nicht gewinnen, wie wollen wir überhaupt was gewinnen? Das ist die falsche Einstellung. Ne. Die Einstellung ist, dass wir nicht an deinen Strang ziehen. Weißt du, was das Traurige ist? Wir sind optisch so ein schönes Paar, ne? Sollen wir sagen, es ist vorbei? Und dann trennen wir uns. Ich weiß nicht, ob wir das bereuen. Keine Ahnung, ob wir keinen Länder finden. Weiß ich auch nicht. Und ich war noch nie in Hündchen, die... Ja, okay, du hast recht. Ohne Spaß. Nicht das Sommerhaus bringt mich an meinen Grenzen, ne? Sondern das hier. Die Büffel reagieren auf Alex genauso wie richtige Prominente auf Einladungen zu seinen Partys. Maurice hat natürlich auch nicht Unrecht. Optisch passen die wirklich gut zusammen. Es ist genauso wie mit einem Pulli von Primark. Sie sehen ja wirklich erstmal vielleicht ganz gut aus, aber sind nach kürzester Zeit einfach unaushaltbar und irgendwie ja notdürftig zusammengeflickt. Oh, das wird so eklig. Maurice, die rechte Hand von Serkan. Wenn ich ihm die rechte Hand nehme, wird Serkan auch schwächer. Ich kann diese Fressen ja auch nicht mehr sehen, sorry. Wir denken jetzt alle an unseren eigenen Arsch hier. Wir haben uns für euch beide entschieden. Taktisch gesehen, seid ihr stark. Aber egal, gehen wir in die nächste Challenge gegen die E-Schwerer-Gotte. Ich schwöre, ich hole die raus. Ich finde das, was bei der letzten Nominierung passiert ist, überhaupt nicht okay. Und ich verstehe nicht, warum man solche Leute überhaupt unterstützt. Es wird euch noch zum Verhängnis werden, wenn das hier ausgestrahlt wird. Alles Gute. Die soll sich schämen. Die soll sich einfach nur schämen. Oh, bei Pia ist auch wieder gut was los. Die gute Nachricht für sie, ihr nächster Job könnte auf jeden Fall Weintraube sein. Ich habe keinen Bock auf Terror heute. Jeder, der mal zu Dani Büchner nach Hause eingeladen wurde. Hanna hat sich von Serkan manipulieren lassen und hinterfragt auch gar nicht, was da alles passiert ist, weil sie den Alex per se scheiße findet. So, und mal ganz ehrlich, wenn man da in so eine Situation reinkommt, ich weiß nicht, ob das nicht auch gut ist. Und so passieren könnte. Sie hat ein Scheißbild von ihm. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Man sollte immer offen bleiben und vor allem auch so flexibel im Kopf wie die Musikindustrie beim Label Musikkünstler bei Tim Toupé. Das ist das Letzte, was ich mir gewünscht habe. Dass wir hier zusammen unter einem Dach leben, ist alles, was ich an Toleranz überhaupt noch servieren kann. Sie hat wie der Präsident gesprochen. Ich war ein bisschen geschockt. Ich dachte mir so, jetzt kommt gleich Olaf Scholz vorbei und schüttelt ihr noch die Hand für diese Rede. So ist es halt jetzt nun mal nicht. Und deswegen. Es war das Zwischenmenschliche entscheidend und deswegen mussten wir uns gegen Maurice und Riccardo entscheiden. Erstmal Glückwunsch an euch beiden, dass ihr hier oben steht und nicht dieses Pärchen. Ich weiß auch nicht, was ihr drei Paare auch für ein Heuchlerclub seid. Dass ihr mit so einem Menschen noch überhaupt ein Wortwechsel, verstehe ich nicht. Wenn wir jetzt von Heuchlern sprechen, was war das denn für eine Aktion? Wir denken jetzt alle an unseren eigenen Arsch. Also, so ganz stimmt das nicht. Maurice denkt nicht nur an seinen eigenen Hintern, sondern, wie wir vorhin ja auch mitbekommen haben, auch ab und zu mal Ananas. Achso, und übrigens, eigentlich hatten die von RTL mehr Taschentücher hier in die Villa gepackt, weil sie dachten, es sind viele Reality-Stars am Start. Es gibt also ordentlich Knick-Knack. Der ganze Vorrat ist tatsächlich aufgebraucht, allerdings von Pia, weil sie mindestens einmal pro Stunde anfängt zu weinen. Mir wird erzählt, Alex und Vanessa kommen zu euch und sagen, die beiden müssen raus. Heute erfahre ich, dass das gelogen ist. Mein Gott. Jetzt habt die Schnauze voll davon, ganz ehrlich. Er hat's vorgeschlagen. Mein Gott, er hat's vorgeschlagen. Ja, er schrört auf seine Mama. Das kann jeder bezeugen. Kannst du nicht sagen, dass hier gelogen wurde und das stimmt? Das kannst du nicht sagen. Aber Vanessa hat's mir heute ins Gesicht, sie hat auf ihre Familie geschworen. Gut, aber Vanessa war nicht immer dabei, wenn ich mit Alex gesprochen habe. Das ist jetzt eine richtig, richtig peinliche Aktion, ehrlich. Lächerlich. Also Justine ist wirklich sehr leichtgläubig. Schämt der Kerl sich nicht. Er probiert es einfach dreistisch von sich abzulenken und nicht nur das, er schiebt auch nochmal schön dem Alex hier die Schuld in die Schuhe. Ganz ehrlich, ich find das sowieso ekelhaft. Was geht in dem vor? Also, sich auszusuchen, wen man mehr vertraut bei Alex und Maurice, das ist in etwa so, als müsste man sich entscheiden, ob man lieber von einem Lastwagen oder doch von einem Zugang gefahren wird. Weil du hast in meinen Augen wirklich dein wahres Gesicht gezeigt. Deine Scheinheiligkeit kann ich einfach nicht mehr sehen. Maurice macht da immer eine Riesenshow. Kindergarten, das nervt mich extrem, dass Tatsachen hier ständig verdreht werden, dass Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Deswegen habt ihr jetzt auch den Freifahrtschaden und könnt endlich nach Hause fahren. Die heutige Nominierung hat einen Unentschieden ergeben. Alex und Serkan, ihr habt die letzten beiden Spiele gewonnen. Geht jetzt sofort ins Interview. Okay, das wird spannend. Die Sache ist aber an sich klar, oder? Also, Serkan will natürlich auf jeden Fall Maurice halten und Alex die Pia und dann Siko. Diese Fieslinge von RTL lieben wir natürlich. Im Übrigen, viele fragen sich ja, warum waren eigentlich Serkan und Valentina nicht parallel in der Sendung? Weil natürlich niemand die Mengen an Securities bezahlen könnte, die man für die beiden bräuchte. Musst du für dich entscheiden, ob du mit Siko und Pia im Finale stehen möchtest? Pia und Siko könnten uns beiden gefährlich werden für später dann. Das stimmt, das stimmt. Du hast recht und Pia und Siko sind stärker. Es gibt kein Exit-Game, sondern wir haben entschieden. Serkan hat sehr gute logische Argumente gebracht. Wir haben uns für euch entschieden, Siko und Pia. Rein taktisch gesehen finde ich das einfach, will ich nicht gegen euch antreten. Meine Argumente waren einfach zu schwach. Leider Gottes. Ja, wie geil ist das. Ich freue mich so unnormal. Wir freuen uns auf zu Hause. Und auf ehrliche Menschen um uns drumherum. Ich glaube das alles nicht. Serkan und seine ganze Clique da schaffen es irgendwie fast den Alex zu rehabilitieren. Nur damit er das am Ende doch alles wieder mit seinem Arsch einreißt. Also das ist ja unfassbar. Der Alex steht einfach so zu seinen Prinzipien wie Jamila Robe zu ihrem natürlichen Erscheinungsbild. Der kann doch nicht so doof sein. Der weiß doch genau, dass er jetzt mit Maurice auf jeden Fall immer eine garantierte Stimme gegen sich hat. Könnte aber natürlich sein, dass Alex hier einfach ziemlich schnell realisiert hat, dass er mit Maurice Abgang auch einen wesentlichen Teil seiner Sendezeit verlieren würde. Also wenn der Beef halt nicht mehr da ist. Also es ist wirklich unfassbar. Ich konnte keine Argumente bringen. Wie kann man so dumm sein? Das ist einfach ein vorgeschobener Grund und irgendein Schwachsinn. Siko, ich möchte aber jetzt gleich abreisen. Ernsthaft? Ja, wir müssen das mal klären, Schatz. Nee, ich muss hier nichts klären. Ich fahre jetzt nach Hause. Ernsthaft. Und wenn ich meinen Koffer bis nach Hause ziehe, ist mir scheißegal. Ich möchte mit diesen Personen nicht unter einem Dach schlafen. Achso, okay. Oder bring mir einen Kasten Sekt. Das sind eigentlich nur noch vier Paare, die wir aus dem Weg schaffen müssen. Das wäre so eine verlogene Pisse, Alter. Und wer kann mein Freund? Was bist du denn für einer eigentlich? Also gesehen, Überraschungskiste ausgepackt. Christian. Ich habe gesprochen wie der Präsident für dich. Ja, genau. Ich habe ihn fast gar nicht reden lassen. Ich habe die ganze Zeit gesprochen. Na bitte, mit ein paar Litern Sekt ist es für Pia doch gleich wie zu Hause. Also wenn der Donald Trump damit meint, dann passt das. Weil er hat natürlich hier dem Maurice gerade dreist ins Gesicht gelogen. Vorhin haben wir ja gesehen, hat er den Maurice nämlich eigentlich eher als Bauernopfer genutzt, weil er ja so viel schwächer ist. Das Ding ist halt wirklich, ich war die Folge über auf Alex Seite, also fast. Das lag eher daran, weil Serkan und Maurice sich so beschissen verhalten haben. Aber hier, zack, wendet sich das Blatt. Das ist wirklich so ein typischer Sommerhaus-Moment. Da geht einfach keiner als richtiger Gewinner raus. Also so wie beim Boxkampf zwischen Gigi und Chan. Ihr wart so schnell zurück. Schatz, weil der sofort eingelenkt hat. Der hat ja da draußen so getan, als wäre es so unschwer für ihn gewesen. Aber es war doch klar. Aber der hat ja hier eigentlich sofort eigentlich gleich Ja gesagt. Aber da sind wir doch wieder beim Thema. Alex hat sich doch auch nur die Leute zugunsten gemacht, um Stimmen zu fangen. Was hat ich machen? Ich hatte kein Argument für ihn. Die erinnern mich, dass ich irgendwie immer so dumm bin und versuche immer erstmal das Gute an Menschen zu finden. Und genau diese Menschen, die haben nicht gef... Trocken in den Arten. Und ich bin spieglich niemandem, was schlecht ist. Aber wenn die falschen Leute hier in meinen Augen den Potman nach Hause nehmen, wünsche ich einfach, dass sie nach ihrer Gier an Geld ersticken. Ich bin richtig sauer, ey. Was sind das für Menschen? Ja, Pia jammelt viel rum und weint viel. Aber ganz ehrlich, ich finde das so gut, dass sie das hier einfach so klar benennt und auch sagt, was Sache ist. Also übrigens, Teile von Pias Worten stammen eins zu eins so aus dem Prolog von Bastian Jotters Biografie. Wie heißt die nochmal? Alle auf die Banane, helft den Willi! Adios Irrenhaus! Ja, bin ich null traurig, dass die weg sind. Ich kann auch nicht mehr... Letzte Nominierung. Ihr habt entschieden. Da sind es nur noch fünf. Oh je, oh je. Also Pia muss noch eine Nacht bleiben. Come on, sie hat doch jetzt ihren Sekt. Es ist doch wirklich Strafe genug, dass sie die hier alle doppelt sehen muss. Das wollen wir nicht verpassen und auch nicht das Promi-Büßen. Geht ja diese Woche los. Deswegen auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da lassen. Und dann gibt es vielleicht auch dieses Community-T-Shirt. Wie es geht, steht in der Beschreibung. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Die ganzen Folgen gibt es natürlich bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Ging es euch eigentlich auch so, dass ihr irgendwie eine ganze Zeit auf Alex Seite wart, ohne dass man ihn jetzt irgendwie mega gut findet? Und auf einmal am Ende dann so eine Nummer. Ich freue mich so auf die Diskussion mit euch. In der vergangenen Folge hat Serkan schon einfach eindrucksvoll gezeigt, wie er so tickt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, klickt hier auf jeden Fall rein. Und hier, wenn das Promi-Büßen da ist, klickt hier in Folge 1. Also, dann bis gleich hier.